Hallo Leute, es ist ein neues Video. Es ist genau dieser Tag, wo OG Fortnite zurück ist und ich freu mich richtig. Guck mal, ich zeig dir alle Waffen, weil ich es nicht auf dem Screen sieht. Ich hab die, 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 die und die. Krass, oder? Und diese alle sind so gut. Boah. Ich geh hier mal rein. Ist hier irgendwas? Was mach ich? Oh, ich hab Nicken eingebaut. Ja, ich spiel mit Nicken übrigens. Diese Season wird ein Hammer. Leider ist sie nur... Oh, kein Nicken haben. Ich hab ja schon... Heavy? Heavy? Okay, war dann halt nicht. Dann nehm ich sie halt. Ähm... Ja. Ja, ich mag die Burst nicht so. Also die ist nicht die beste. Ich mag die lieber. Noch einen Drop. Dann kann Nicken diese legendäre... Ja, ich hab sie von einem Loop Drop bekommen. Wie kommt man hier raus? Wie kommt man hier raus? Ah. Ich muss hier runter. Oh mein Gott. Oh, nein, 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 nein. Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Warum? Warum? Was habe ich gemacht? Es gibt noch zwei Spiele! Warte! Im ersten Spiel von dieses... ein Win? Nein, 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 nein. Das kann nicht real sein. Okay, jetzt müssen wir abhauen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich habe den richtigen Weg genommen. Ich muss rennen, ich muss rennen. Ich darf nicht im Sturm sterben. Ich habe nur 30... Nein! Nein! Ich sterbe wie im Sturm. Leute, hilf mir! Hier! Es gibt noch eine Person! Niemals! Ich will sie snipen. Ich will sie snipen. Die letzte Person. Komm, wir müssen noch den letzten Doodrop nehmen. Okay, das ist nur ein Ast. Das ist nur ein Ast. Oh mein Gott. Niemals in den ersten drei Minuten einen Win. Okay, was bekomme ich? Ein Launch... Das nehme ich. Ich muss diesen Dorf bekommen. Ich muss diesen Dorf bekommen. Hä? Wo ist der? Wo war der, Leute? Höhe, das ist der Busch? Oh mein Gott. Das ist einfach ein Busch? Oh mein Gott, Leute. Ist egal. Komm, noch ein Spiel mit Nicken. Mist. Leider haben wir es nicht geschaffen. Wir schaffen den epischlichen ersten Schlitzikum, aber zweiter Platz. Und das ist der zweitbeste. Also da kann man nicht meckern, also. Oh mein Gott. Ich freue mich auch noch. Sollen wir bei Tilted landen? Bei Tilted's Haus? Ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht, dass die Dibbit Snobby schon was gewesen wäre. Lute Lake, Lute Lake. Bitte, Lute Lake. Bitte. Bitte, bitte, Lute Lake. Okay, ich hab die Pistole noch nicht ausprobiert. Ich hab nur... War die nicht diese Heavy Pistole oder was ist das? Mann. Okay, okay, aber... Eine meiner Lieblingswaffen. Der Raketenlauncher, alter. Natürlich der Raketenlauncher. Und diese Waffen. Ich hab schon so schlechtes Aim. Haha. Yo, Lute Lake, Lute Lake. Wir landen bei Lute Lake, Leute. Oh, da landen Buga immer. Wir müssen dein nächstes Spiel landen. Aber wie ich gemerkt habe, jemand wird unabonniert. Ich hoffe, das ist kein richtiger Fan. Weil ich mag nicht, wenn Leute unabonnieren. Ich hab schon zweimal je in YouTube ein Abonnieren verloren. Das war mein zweites Mal. Aber... Ist okay, wir müssen einfach nur weiterkommen. Lute Lake. Ich geh auf Lute Lake und dann baue ich mich hier rein. Ich glaub, hier ist niemand anderes. Ich geh hier runter. Lute Lake. Wovor Nicken, dieser alte Slutsklaut. Digga! Digga, Nicken! Klaut einfach mal eine coole... Klaut einfach mal eine legendäre Pistole. Ist ja richtig Ehrenmann, alter. Jetzt kann ich hier mit gar keiner Waffe rausgehen. Danke, Nicken. Ist ja richtig nett von dir, alter. Man kann ja nicht schwimmen. Oh mein Gott. Aber so langsam? Mach das mal lieber hier hin. Okay, wie komm ich hier hin? Oh, man kann nicht den Gleis... Jesus. Und das Wasser safe dich nicht für den Falldamage? Ja, ich muss hier mit Pickax rumlaufen, weil Nicken meine legendäre, legendäre Waffe geklaut hat. Ja, ehrlich zu sein, ist Nicken auch nicht so der Netteste. Ich mag Klaut nicht mehr. Oh, ist nicht die Scarfless. Aber es ist so eine Art von Scar. Die ich immer noch mag. Ich traue alle Waffen. Das sind alle meine Waffen. Also geh weg. Sorry. Nein. Nein. Eigentlich nicht. Shopping, Shopping, Shopping. FBI Open Up. Irgendwas? Nein. Aber was? Wirklich nicht? Ja. Ja, okay. Wo sollen wir jetzt hin? Loodle? Komm, wir gehen zu Tilted. Ach, stimmt. Das ist wieder zurück. Aber erstmal geh ich zu Tilted. Zu Tilted. Tilted Towers. Es ist wieder da. Ich werf die Mocky da. Aber schon immer hoch. Hey, oh na. Wer schießt mich ab? Nicht, Scheiße. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Ich liebe Steine. Ich habe Fighter wonder Irgendwas. Ich bin tot. Aber उ passportwoachennen? Ich schaff das. Oh mein Gott. Was machst du? Danke, danke. Danke, Nick. Oh mein Gott. Nee, ich dachte, er wollte mich gerade töten. Oh mein Gott, ich muss noch ein Madkick nehmen. Warte, ich schaff. Schaff das nicht? Ist er gut genug? Ist er gut genug? Aber warte, ich muss meine Mama noch sagen. Mama! 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 Herrschiff! Ich habe ihn. Nimm ich! Ruhe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, machen wir deinen Timer, also, ja, ich verbote gerade nicken, ja, weil ich kann das nicht alleine schaffen, Mist, oh mein, Leute, what, wo kommt der her, ist egal, komm, noch einen Spiegel machen, nein, 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 ja, okay, dann schieß Leute, wir sehen uns beim,